Hallo und herzlich willkommen bei Prüfungshelden. Ich bin der GRIPS-Coach und heute geht es um das Thema Aevo-Prüfungsvorbereitung, die fünf besten Tipps für Top-Noten in deiner Prüfung. Und du wirst heute lernen, welche gravierenden Fehler viele Prüflinge machen und deshalb wertvolle Zeit verlieren, damit welchen simplen Strategien du deine Prüfungsvorbereitung erleichterst und beschleunigst. Wir alle sollten ja sorgsam mit unserer Lebenszeit umgehen und wie wahrscheinlich es ist, durch die Aevo-Prüfung zu fallen beziehungsweise Ausbilder-Eignungsprüfung. Also, bleib dran, es lohnt sich mega für dich. Bis gleich. Prüfungshelden – Weiterbildung Online-Kurse So, und hier habe ich nochmal eine Übersicht für dich und noch ein kurzer Hinweis vorab. Du bekommst neuerdings auf www.ausbilderschein-onlinekurs.de Das ist der Blog. Da bekommst du viele nützliche Videos und auch Blogartikel für deine Karriere. So, fangen wir mal an mit einer Umfrage. Und oben rechts kommt die Einblendung. Kannst du gerne daran teilnehmen oder für dich im stillen Kämmerlein das beantworten. Und zwar die Frage ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, die Aevo-Prüfung zu rocken. Aevo steht für Ausbilder-Eignungsverordnung. Was denkst du? Über 90 Prozent? Zwischen 80 und 90 Prozent? Zwischen 70 und 80 Prozent? Oder unter 70 Prozent? So, schau mal. Und zwar Bestehensquoten des deutschen Handwerks. Wir haben hier einmal IHK-Prüfungen. Das sind die mit Abstand meisten. Über 65.000 bestandene Prüfungen jährlich. Plus noch die, die durchfallen. Nur, dass die IHK leider nicht die Gesamtteilnehmer kommuniziert. Nur die bestandenen Prüfungen halt. Aber die Handwerkskammer macht das schon. Quelle ist hier der Zentralverband des deutschen Handwerks. Und schau mal. 12.466 von 12.895 Teilnehmern bestehen die Prüfung. Und das ist eine Kurte von 97 Prozent. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit durchzufallen ist in dem Falle sehr niedrig. Jetzt schau dir mal an, wie das aussieht bei der IHK. Und zwar hier haben wir die Top-IHK-Fortbildungsprüfung 2018. Ganz frisch. Außer Konserve hier die Ergebnisse sozusagen. Und schau mal. Weiterhin ist der ADR-Schein, also der Ausbilderschein, ganz weit oben. Das sind nur die bestandenen Prüfungen. Über 65.000. Das ist Wahnsinn. Der blaue Bereich. Schau mal. Von diesem Donut hier. Das ist der Ausbilderschein. Das ist Wahnsinn. Über 70 Prozent. Dann kommt der Industriemeister. Und zwar meine ich hier alle Fachrichtungen. Ich hatte mal eine Präsentation gezeigt, wo nur der Metall-Industriemeister mit dabei war. Der größte bei der IHK mit über 8.000 Absolventen jedes Jahr. Wenn du aber alle Industriemeister nimmst, auch Elektro und so weiter, dann bist du bei über 13.000. Das heißt, auf Platz zwei. Aber guck mal, der Unterschied zwischen 65.000 und 13.000 ist enorm. Weiter geht's. Tipp Nummer eins. Das richtige Lernen. Viele verzetteln sich, die wissen gar nicht, was sie lernen sollen, sind verunsichert und lernen viel Unnötiges. Decken sich auch mit zu viel Lernhilfen zu. Zu viele Bücher, zu viele Übungshefte. Komprimieren das Ganze auf das absolut Nötigste. Also das Beste ist immer, mit alten Prüfungen zu lernen. Dass du einfach mal schaust, was wird immer wieder geprüft. Pareto-Prinzip, denn die Prüfungen wiederholen sich auch in der Art und Weise, wie geprüft wird. Und so kannst du wirklich enorm viel Zeit sparen. Aber Pareto sagt ja, 20 Prozent des Prüfungsstoffs brauchst du nur zu lernen, weil das in 80 Prozent der Fälle dann auch geprüft wird. Wenn du keine Prüfungen bekommst, die werden ja zunehmend immer mehr online gemacht bei den IHKs und Handwerkskammern, dann besorge dir im Internet kostenlos Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung zum Rahmenplan für die Ausbildung der Ausbilder und Ausbilderinnen. Ist kostenlos, da hast du alles aufgeführt, was du können musst. Und aus diesem Wissen bastelst du dir eine Mindmap oder Mindmaps. Und zwar hier neuerdings ein Tipp von mir. Freeplane ist mega gut. Eine Weiterentwicklung von dem Freemind, das leider nicht weiterentwickelt wird. Und Freeplane ist noch besser, noch benutzerfreundlicher. Und dann hast du wunderbar alles auf einer Seite, wenn du die so ein bisschen verschachtelst. Die Mindmap kannst alle schon ausklappen und das abhaken, was du drauf hast und was ganz genau, wie weit du bist. Wenn du viele grüne Haken hast, dann bist du topfit für die Prüfung. Frage, woran kannst du dich besser erinnern? An Namen, an Gesichter oder wenn du etwas getan hast? Denn das ist wichtig zu wissen, um zu wissen, welcher Lerntyp du bist. Wenn du Gesichter gut erkennen kannst, dann bist du mehr so visuell. Wenn du dich an Namen gut erinnern kannst, mehr so auditiv. Und wir haben auch die Kombination Audio-Visuell. Das sind Erklärvideos, wie auf YouTube hier zum Beispiel, wo du einmal das Bild hast. Und natürlich auch die Sprache. Das heißt, du hörst über den Hörsinn und siehst über den Sehsinn. Und lernst natürlich so viel, viel effektiver. Aber wenn du weißt, welcher Lerntyp du bist, schau mal hier, kannst du viel besser lernen. Deswegen ist mein Tipp, unterhalb des Videos in der Infobox habe ich einen Link für dich. Da kannst du einen kostenlosen Test machen, um für dich herauszufinden, welcher Lerntyp du bist. Aber auch, wenn du einfach mal darüber nachdenkst, woran du dich besser erinnern kannst. Kannst du dich gut an Namen erinnern? Dann bist du auf jeden Fall mehr so auditiv und kannst dann gut mit Hörbüchern lernen. Also schau mal, Lerntyp bestimmen, ganz wichtig. Das ist die Grundlage, die Grundlage, auf der du dein Haus baust. Und wenn das Fundament schon stabil ist, dann ist auch das Haus nachher da oben sehr stabil. Guck mal hier, es ist das Haus vom Nikolaus. Visueller Lerntyp bedeutet Sehen mit den Häugleien, also Bücher, Mindmaps, digitale Lernkarten, Videos zum Beispiel. Obwohl Videos sind mehr audiovisuell, weil du ja auch hörst. Dann auditiver Lerntyp bedeutet Hören durch Gespräche, durch Vorträge, durch Musik, ruhige Umgebung. Und Musik beruhigt dich dann halt so ein bisschen und mache ich auch sehr gerne, dass ich mir Musik anhöre, um mich so ein bisschen emotional runterzubringen. Oder du bist jemand, der absolute Ruhe braucht, um zu lernen. Oder du kannst mit Hörbüchern gut zurechtkommen. Und wenn du ein auditiver Lerntyp bist, kommst du mit dieser Form der Wissensvermittlung sehr gut zurecht. Oder du bist mehr so kinästhetisch, fühlen durch Tun, Nachmachen, Gruppenaktivitäten, Rollenspiele, Übungsaufgaben. Das muss also machen wie so ein Handwerker, der anpacken muss, um eine bestimmte Sache zu begreifen. Wenn du jemand bist, der es sofort machen muss, dann bist du mehr kinästhetisch, jemand, der gerne fühlt, anfasst, macht, umsetzt. Tipp 3, das Richtige richtig lernen. Und zwar erst mal musst du es verstehen. Schau mal, das kennst du wahrscheinlich, das ist die Griffskultur-V-Pyramide, die ich auch gerne für Prüfungshelden verwende. Weil du mit dieser Methode sehr gut vorankommen kannst. Guck mal, eine Pyramide hat ein breites Fundament. Das heißt, verstehen, ganz unten, du musst es erst mal checken. Und erst mal, wenn du es wirklich verstanden hast, so ein Aha-Erlebnis hast, dann wiederholst das verstandene Wissen. Durch die Wiederholung wird aus einer Trampelfahrt durch einen anfänglichen, eine sechsspurige Autobahn mitten durch den Urwald. Der Urwald war vorher undurchsichtig für dich. Du hast nichts verstanden, nur Bahnhof. Du hast einen Führer gebraucht, einen Lehrer, der dich durchgeführt hat. Durch das Hin- und Herlaufen kam ein Trampelfahrt zustande. Und durch das ständige Wiederholen wurde dann dieser Trampelfahrt ausgebaut bis zu einer sechsspurigen Autobahn. Und klar, dann hast du es drauf, dann kannst du ja viel schneller von A nach B kommen auf der Autobahn, als wenn du durch das Dickicht dich bewegst. Also erst verstehen, 100 Prozent, such dir einen Lehrer, der dir das einfach erklärt. Es können Online-Kurse sein, es können Präsenzkurse sein, es können Bücher sein. Dann wiederholst du das Verstandene, damit sich das dauerhaft einprägt in deinem Langzeitgedächtnis. Wir haben ja die Vergessenskurve laut Ebbinghaus. Du vergisst mit der Zeit, wenn du nicht wiederholst und dann, um dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwertgefühl zu steigern, testest du dein Wissen, um zu schauen, kann ich es wirklich. Denn nur dann weißt du es 100 Prozentig. Du kannst ja lernen und wiederholen, wie du willst, wenn du es nicht angewendet hast. Zum Beispiel, wenn du Apps verwendest, gibt es ja wunderbare Multiple-Choice-Apps, die du verwenden kannst. Oder wenn du mit echten Prüfungen arbeitest und Musterlösungen halt zum Beispiel. Oder auch mit Online-Kursen, wo auch Fragen, Multiple-Choice-Aufgaben dir gestellt werden. Dann weißt du 100 Prozent Bescheid. Und wenn du dann fit bist in diesen Tests, dann kannst du dich auch zur Prüfung anmelden. Und das Ganze, schau mal, ist eingehüllt in einem Martin-Buddy-Sets. Bedeutet, wir sind Körper, Geist und Seele. Wenn du den Körper gut pflegst, Nährstoffe, na, guck mal. Der Körper braucht Vitalstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Eiweiß, gesunde Fette, Omega-3 hier insbesondere. Um zu funktionieren, die Schmierstoffe des Lebens, wie ein Auto ja auch zum Beispiel Benzin braucht. Also gib dem Körper, was er braucht. Viel Wasser zum Beispiel, viel Vitalstoffe, damit er funktioniert. Und ihr treue Dienste leistet auch deinem Gehirn. Denn das brauchst du ja, um die Prüfung zu rocken. Und natürlich ein Mindset bedeutet, dass du deinen Geist auf Erfolg programmierst. Wenn du nicht an deinen Erfolg glaubst, dann wirst du keinen Erfolg haben. Du musst davon überzeugt sein, dass du die Prüfung mit Top-Note rockst oder Top-Noten kriegst, da zwei Noten. Dann schaffst du das Ganze auch. Also immer wieder visualisieren, dass du es vor deinem Auge siehst. Du hast hier deinen Kopf, du hast hier die Euglein. Hier hast du dein Ziel, das X. Und dass du wirklich mit deinen Augen dein Ziel fokussierst. Und dir das immer wieder vorstellst. Tipp 4, in Bewegung bleiben. Hier ein Zitat, Studenten, die sich bewegten, lösten die gleichen Aufgaben. Um 60 Prozent, um 60 Prozent, Hammer, 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 besser als die Sitzenbleiber. Wer sagt das? Die Studie der Uni Stanford 2014, an der 176 Studenten teilnahm. Und Andrew Tate, der Hirnforscher, diese Studie durchführte, sagte, wenn sie regelmäßig spazieren gehen, werden sie besser denken, bekommen mehr Dinge erledigt. Und einfach deswegen, du bekommst mehr Sauerstoff, wenn du dich bewegst. Deine Pumpe, dein Herz wird aktiviert. Das heißt, die Durchblutung verbessert sich. Und du weißt ja, im Blut sind die Nährstoffe. Und die Nährstoffe werden transportiert durch das Blut dahin, wo sie gebraucht werden. Zum Beispiel im Gehirn, was du ja brauchst, um erfolgreich zu lernen. Wenn du dich bewegst, dann wird die Pumpe ordentlich auf Vordermann gebracht. Und auch dein Gehirn besser mit Nährstoffen versorgt. Tipp Nummer 5, der letzte. Bleib dran, es lohnt sich. Mach dir einen Plan, damit du weißt, wo es hingeht. Wenn du den Hafen nicht kennst, ist kein Winterrichtiger. Deswegen musst du einen Plan haben, dass du ganz genau weißt, wo will ich hin, was habe ich zu lernen, um dieses Ziel, diesen Hafen zu erreichen. Laut Dan O'Reilly, sein Buch, Denken hilft zwar, nützt dir doch nichts. Lernstudenten, die sich einen Plan machen, erfolgreicher. Da hat sein Studenten sehr missbraucht. Das Buch ist mega. Hat viel mit seinen Studenten experimentiert. und hat dann herausgefunden, wenn du den am Plan gemacht hast, hast du sowas wie eine Orientierung. Das wirkt wie ein Magnet. Und demzufolge wirst du quasi magisch angezogen von diesen Magneten und kommst nicht so leicht von deinem Weg ab. So, das war's. Wenn es dir gefallen hat, gib mir ein Like und lass ein Abo da. Du findest, wie gesagt, auf ausbilderschein-online-kurs.de viele. Das ist der Blog. Viele Tipps, Artikel, Videos für deine Karriere, für deinen beruflichen Aufstieg, Verdienstprognosen und so weiter. Also bis dahin, alles Gute und viel Erfolg. Tschüss.